moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft forever stranded und ich habe mir diesmal sogar ein bisschen den schluss der letzten folge angeguckt um so ein bisschen rauszukriegen was habe ich denn eigentlich gemacht und ich habe ja in der letzten folge unten den weiteren medical user aufgebaut um dann halt kies und so weiter durchzudrücken und habe festgestellt dass ich hier eigentlich sehr sehr viel sehr sehr viele sachen irgendwie doppelt mache bzw irgendwie sachen auch nicht anständig hinkriege beziehungsweise irgendwie gut das war das war jetzt zu viel des guten ich hoffe warum ich hier gerade ganz schön beziehungsweise hier immer irgendwie was irgendwie immer wieder irgendwas hängt das stelle ich halt die ganze zeit fest und das gefällt mir natürlich persönlich auch nicht das heißt ich möchte das jetzt gerne mal so hingehend ändern dass wir uns jetzt auch einerseits also ich will das hier alles ein bisschen besser haben jetzt so das soll jetzt nicht mehr so so amateurhaft hier aussehen sondern wir wollen das mal ein bisschen schöner gestalten das ist auch einfacher irgendwie alles ein bisschen einfacher wird auch der der weg jetzt rüber zur kiste das soll alles ein bisschen besser gestaltet werden beziehungsweise ich möchte auch gucken dass ich unten unten die bereiche die und die bereiche sind in ordnung ist dass hier bei das ist gleich eigentlich das ist beides smooth and stone ach so ja sind zwei stacks alles klar unten die bereiche sind in ordnung soweit das kann man da alles so lassen erst mal aber hier diese dieser zwischengang das habe ich ja auch schon gesagt ich möchte halt hier gerne einen gang entlang haben dass ich halt zur halle ohne probleme rüber gehen kann ohne dass ich irgendwie ja ohne dass ich irgendwie gefahr laufe vielleicht sogar dass mich hier irgendwelche monster angreifen oder so das möchte ich halt irgendwie gerne gerne verhindern und deswegen baue ich mir jetzt hier gerade mal gerade mal so dieser zwischengang quasi dass das quasi eine verbindung ist nicht sondern kann nämlich hier auch nichts mehr passieren dass uns irgendjemand angreift oder 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 das ist dann alles so ein bisschen so ein bisschen safer 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 so dass einmal hier entlang gezimmert jetzt habe ich aber auch keinen ausgang obwohl da können wir eine tür hinsetzen beziehungsweise nicht nur dass es sicherer ist für mich jetzt hier entlang zu gehen sondern auch störungsfreier ne das ist jetzt ja deutlich störungsfrei als vorher diese ganze geschichte wo ich da immer an der an der tür hängen geblieben bin und so weiter und so fort da ist das hier natürlich jetzt deutlich angenehmer es kommt hier noch mal auf beide seiten licht genau können wir eigentlich aus denen können wir aus den sandstone auch stairs herstellen oh ja siehst du das geht sogar dann nehmen wir doch die stairs mal ganz kurz und knallen die hier hin und da komme ich jetzt hier hoch und kann hier ohne probleme rein und raus laufen das doch schon mal das ist doch schon mal sehr sehr nice jetzt fehlt uns natürlich eine möglichkeit um raus zu gehen zu unserem kleinen wald sozusagen so da ist er nämlich der kleine wald da müssen wir auch immer gucken dass wir da hinkommen beziehungsweise ich möchte natürlich auch schauen dass ich jetzt so langsam meine holzproduktion automatisiert bekomme holz und baumproduktion beziehungsweise ich habe nämlich in der in der dings auch was gesehen in der in der zusammenfassung nicht in der zusammenfassung sondern als ich mir die aufzeichnung angesehen habe habe ich etwas gesehen was ich darum liegen habe und das ist sehr interessant genau ich habe nämlich irgendwo in einer kiste habe ich jetzt muss ich natürlich auch aufpassen wo ich rein und raus laufe hier ist natürlich der eingang dafür für die tür da kommt jetzt gleich noch eine andere tür hin und zwar kommt da eine da machen wir eine doppeltür hin da machen wir eine doppelholztür hin und dann können wir da besser rein und rauslaufen definitiv so ich mir mal 22 hölz dinge hier mit so dann kriegen wir jetzt hier diese tür und dann haben wir druckplatte habe ich jetzt nur eine da finde ich gerne zwei naja kann da machen wir noch einmal wenn wir noch einmal holz umsetzen dass wir noch eine druckplatte bekommen sondern haben wir nämlich ja schon wieder kein platz im inventar ist klar dann brauche ich mir nämlich hier hinten jetzt gleich eine doppeltür hin aus die ich oder kommen da auch dann kommt das hier nämlich auch nochmal weg so hier vorne kommt jetzt zack zack das hin dann tauschen wir das einmal gegen die stufen aus dann kommen jetzt hier die türen rein so genau du bist einmal verkehrt rum so und einmal die dahin und dann kommen jetzt noch die siehst du geil und das ist ja genau das ist ja gemoddet dass die beiden jetzt aufgehen immer geil dann kann ich nämlich rein und raus laufen und habe keine keine probleme mehr sehr cool das gefällt mir das gefällt mir auf jeden fall das ist tausend mal besser als das was ich vorher hatte so jetzt kommt hier das teil kommt weg das könnten wir eigentlich rein theoretisch ich will ja eh raus ne ich will ja eigentlich ich will ja hier eigentlich raus so lassen wir jetzt kurz in unsere sandkiste gucken da alles reinschmeißen beziehungsweise eine sache genau die hier wollte ich haben und ich brauche sand dazu sand haben wir natürlich natürlich haben wir keinen sand wir haben wir sind in der wüste und haben keinen sand auf tasche natürlich wie sollte es auch anders sein ich möchte natürlich gerne wie heißt es ich möchte auch diese ganzen möglichkeiten wo ich mache mir mal ganz kurz den hält den kleinen helferchen ein dass ich sehe wo ein monster spawn entsteht so ich werde auch mal hier ein bisschen bisschen das kaputt machen ich würde es nicht komplett kaputt machen weil das ist ja mit wird ja genau das ist mit wird das heißt mehr werde ich jetzt nicht schaufeln das hat nämlich den vorteil dass sie sich von alleine jetzt repariert nach und nach und dass das würde ich jetzt nicht ausreizen das thema so passt mal auf jetzt machen nämlich folgendes das legen wir da rein drei da und drei da dann kriegen wir hier nämlich dünger fertilizer und diesen fertilizer können wir jetzt gleich benutzen oder mit blümchen und gras und so weiter zu generieren genau zu generieren da liegt noch sand das nehmen wir auf jeden fall mit und wenn wir das ganze das ganze die ganzen sand haben er die ganze pflänzchen haben sind nämlich jetzt auch wieder andere sachen runter gefallen denn haben wir farbstoff und farbstoff ist auch immer gut hoffentlich funktioniert das ja es hat funktioniert aber nur mit gras aber gras hat den vorteil da könnten dings rauskommen oder blumen sehr cool gras hätte den vorteil ob gras hätte den vorteil dass da minecraft zieht rausfallen können so pass mal auf was fehlt mir hier gerade bisschen platz kann ich fünf fackeln irgendwo hinbringen unterbringen 1 2 3 4 5 ok die konnte ich unterbringen sehr schön und dadurch kann ich jetzt immer noch nicht alles einsammeln was hier gerade rum fliegt weil da ist noch eine gelbe blume das ist ärgerlich dass ich sie nicht einsammeln kann dabei habe ich schon wieder so viel so viel kleinkram in der tasche pass mal auf hier ist ein knopf den packen wir da erst mal hin dann kann ich die kleine blume einsammeln und da war ein sieht ne ich habe hier ich habe ich kein ich habe ich kein hallo habe ich junge ich habe auch keinen hunger jetzt hätte ich etwas essen können aber ich habe auch keinen hunger und gar nichts so einmal das öffnen kann ich hier irgendwas loswerden ich könnte ich könnte so ein barrel hier einfach hinstellen zack das stellen wir dahin und ich kann holz loswerden holz können wir definitiv loswerden und kann ich die tür loswerden ja ich hätte sogar tür noch gehabt ich hätte gar keine herstellen brauchen omega fail mega fail wo hatte ich die denn her gehabt die sind bestimmt von die sind bestimmt von irgendwas gewesen so was ist das und hebsit ok hebsit ist cool weil das ist das ist für dings glaube ich gut ne so jetzt haben wir schon rot und gelb und vielleicht können wir das dann später mission zu anderen farben wieder das mal gucken wir was wir noch so brauchen an farben cool das mit dem gras ist echt das fiel mir so ein als ich das als ich die aufzeichnung gesehen habe dachte ich so dass das doch das auch fertilizer dass der den kannst du auch gebrauchen mit dem kannst du doch kleine schweinerei machen vielleicht können wir uns dadurch jetzt halt ein reisrezept gleich gönnen sollen wir jetzt hier noch da haben wir jetzt auch noch mal hemd gekriegt das glaube ich beides das gleiche wenn das irgendwie grow ok damit könntest du auch öl herstellen pass auf wir haben wir haben rot okay das haben wir orange kriegen wir da draus das können wir auch herstellen grün ist kaktus müssen durch die kaktien jagen lapis und grün okay haben wir auch und lila ist okay vielleicht können wir das tatsächlich herstellen ich habe zwar jetzt noch nicht so viele blumen aber so ein paar müssen noch ein paar kaktien da hinten abbauen aber das ist ja auch kein thema und zuckerrohr definitiv abbauen zuckerrohr ist immer zuckerrohr muss immer abgebaut werden zuckerrohr ist wichtig dass wir das immer seid ihr eigentlich ganz dicht dran nee aber fast krass wir müssen da unbedingt gucken dass wir dass wir das gedinkste kriegen da draußen das ein bisschen besser bisschen besser verbaut alles die kann mir viel zu nah sind mir viel zu nah dran die jungs hier beziehungsweise die kann mich viel zu sehr sehen beziehungsweise eine hexe könnte jetzt quasi könnte jetzt quasi was nach mir werfen und ich wäre quasi komplett schutzlos ich muss mal ganz kurz rein gehen und meine tasche leer machen die ist nicht mal wieder over full mit irgendwelchen staff den ich hier bestimmt easy unterbringen kann so da ist nämlich das noch drin da ist das drin ich habe irgendwie auf einer seite höre ich gerade ich glaube da war irgendwie was höre ich irgendwie gerade schlecht er geht mal da rein in die falle da seid ihr gut aufgehoben so dann bauen wir mal ganz kurz wieder ein bisschen bisschen die takten auf aber das ganze bitte vernünftig nicht so nicht so labida hier so das erreichen kommen hier einige monster rum da kommt also alles zombies zombies also die haben echt alle bock hier runter zu fallen das finde ich ganz gut sind die denn eigentlich auf meiner liste ich glaube nicht ich habe tatsächlich auch gesehen wie wie so eine monsterfalle aussehen könnte da muss ich auch bei gelegenheit mal gucken dass ich mir sowas bauen kommt da noch mehr ich will jetzt nicht dass ein zombie auf mir landet wenn ich hier gerade stehe oku wie viel wird wie viel zeug wir hier haben richtig neues so dass wenn wir jetzt auch erst mal wieder einsortieren sprich auf jeden fall die was ist das eigentlich für eine tür small airlock door auf jeden fall das zombie für das verrottete fleisch können wir gleich verwenden zum um das wieder zur erde zu machen wir brauchen ja erde ohne ende definitiv und sie eng ein barrel was wo was drin ist nena aber das werden wir jetzt mal anders machen weil die barrels können eigentlich schon gleich siehst du ich habe nämlich gar keinen platz mehr in meiner tasche aber ich bin hier schon wieder am rumreißen immer das gleiche mit diesen tizi habe ich hier irgendwo noch kakteen da sind kakteen da ist ein apfel ich habe noch baumseeds wer interessiert sich für baumseeds keiner okay ich habe jetzt halt noch meine blümchen in der tasche die kommen jetzt auch erst mal weg und hier dragon fruit und wo ist dann die gelbe blümchen da sind die gelben blümchen denn wenn wir nämlich gleich diese ganzen barrels schon mit raus und stellen sie stellen sie quasi neu in unserer halde auf wir brauchen sie ja nicht wir müssen ja nicht unbedingt hier drin wir müssen sie nicht unbedingt weiterhin drin im raumschiff haben wenn wir eigentlich hier draußen irgendwie uns dafür was einrichten wollen irgendwie wollen wir das ja auch früher oder später automatisieren das ganze mit leitung und sonst irgendwas also also irgendwo nur reinschmeißen kurz das zeug also sprich zeug meine ich jetzt zum beispiel das forderte fleisch besser wäre natürlich wenn das irgendwie automatisch da rein laufen würde und dann entsteht da selber ganz fix später was draußen das wäre natürlich das wäre natürlich die ideal vorstellung so pass mal auf ist es jetzt gerade ein bisschen bisschen ruhiger geworden draußen wollte ich noch etwas machen was soll das mal ein bisschen kakteen umwandeln zu grün und zwar acht stück hätte ich gerne davon dass wir uns so ein reis mal herstellen können ich habe nicht echt bock da drauf und was hat eigentlich unser quest book unser quest book sagt unser quest book sagt ja immer noch wir sollen wir sollen ja auch hier mit power machen wir sollen windräder herstellen wie weit bin ich denn damit eigentlich kaum ich habe noch ein bisschen holz wir haben erst ein windmill genau uns fehlen dafür sticks ne ich glaube dafür fehlen uns sehr sehr viele sticks und dafür hat uns dann wahrscheinlich auch wieder auch wieder öl gefehlt haben wir noch holz ein bisschen mehr das ist wenn da müsste holz draußen sein ich will nur mal ganz ganz kurz sicher gehen dass hier auch tatsächlich kein holz mehr rum liegt ja das sieht alles ganz gut aus wir müssen echt draußen gucken dass wir dass wir unsere unsere wände außen wieder ein bisschen verstärken beziehungsweise unten was rein machen dass da nicht so viel passieren kann wie waren wir denn jetzt hier hier sind oak planks sind hier zehn stück drin ich habe das gar nicht abgeschlossen das heißt ich kaffee nur maximal neun rausnehmen ansonsten ansonsten verliere ich diese geschichte und dann wenn wir hier von noch mal was mit jetzt mal gucken wie das hier drin aussieht wir haben gar kein wir haben gar keine kohle drin wir haben keine kohle drin damit damit wir da coke herstellen können das natürlich auch gerade ärgerlich aber gucken ob wir unten kohle haben da wir sind ja wir sind ja hier ein bisschen am durchsieben was ist hier mit los ja kein hammer mehr kein hammer in the house wie sieht es hier aus keine kohle das ist ärgerlich das ist ärgerlich ach so der hopper ist wahrscheinlich voll da ist kohle kohle gefunden sauber so das heißt du einmal da ein halber stack und da ein halber stack diesmal auch tatsächlich ein halber stack ich habe letztens mal auch halber stack dazu gesagt dabei war das gar kein halber stack sondern ach so ich habe hier noch ein hammer guck mal kannst den haben viel spaß damit sehr schön dann läuft das auch wieder wie sieht das hier aus hier ist sehr sehr viel powder mittlerweile drin das könnten wir eigentlich mal das könnten wir mal um kraften und gegebenenfalls schon mal schauen dass wir daraus blöcke herstellen beziehungsweise barren also einfach mal durch die einfach mal durch den durch den smelter jagen weil das muss ja jetzt hier nicht drinnen rumliegen muss müssen aufpassen nicht dass ich in irgendeiner art und weise legierung herstelle die vielleicht später unangenehm werden könnten oder habe ich noch gold sehe ich gerade genau gold gold und silber werden nämlich so eine so eine legierung die die unangenehm werden kann beziehungsweise das heißt unangenehm das wäre halt ärgerlich wenn ich gold und silber zusammenschmeiße weil dann habe ich auf einmal dann habe ich halt elektrum erzeugt und das muss ich nicht unbedingt haben mal gucken ob dafür wieder reingehen zack gehen dafür wieder rein hier gehen rein sehr schön dann stellen wir nämlich auch wieder ordentlich dann stellen wir auch wieder ein bisschen dings her so ich habe kohle dabei naja sieben stück zwar nur aber das ist wenigstens kohle steinkohle die brauchen wir auch für für die geschichte dahinten so das kann ich einmal um um craften das holz weil dann haben wir nämlich da auch schon dass gleich das richtige am start so zack das da rein und dann hoffe ich mal dass es jetzt gleich dass es gleich was wird mit dem mit dem öl hier und dass da ordentlich was rauskommt bei so guck mal die schaufel hat sich jetzt auch schon wieder regeneriert das heißt wir können hier mal ein kleines stückchen wieder wieder abbauen so da kommt da mal eine fackel hin das ist sehr cool und das sieht so aus okay das kann erstmal so bleiben hier vorne fehlen mir noch stufen habe ich noch stufen in der tasche ich hätte ich brauche noch mal stufen die müssen da eh hin die stufen das heißt da nehme ich noch mal zwei von mit und die kommen dann nach vorne gleich hin da brauche ich nicht andauernd da hoch und runter springen was ja auch so ein bisschen naja für mich störend ist so auf diese höhe habe ich die fackeln angesetzt das passt denn das da das da das dann siehst du jetzt kann man nämlich hier ohne probleme rein und raus flutschen so oder nehmen wir noch mal hier diese eine kleine reihe weg ich muss halt echt aufpassen mit der schaufel nicht dass mir die nicht dass mir die zu häufig kaputt geht ich glaube ich lege sie jetzt auch erstmal beiseite nicht dass sie mir kaputt geht weil wenn die mir kaputt geht ich muss mal ganz kurz erst mal das was ich erzählen möchte erst mal auf vorbereiten quasi aber wenn die kaputt geht deshalb richtig doof weil dann brauche ich wieder ein obsidian zum reparieren und das kostet mich halt richtig viel zeug deswegen finde ich die jetzt gerade auch nicht so besonders toll dann nehme ich mir lieber ich weiß gar nicht wo ich die ach so ich hatte eine steinschaufel habt ihr denn aber mit obsidian abgegradet so war das glaube ich weil die steinschaufel glaube ich auch sehr sehr schnell immer kaputt gegangen ist und das war dann glaube ich ein problem wir könnten aber eine schaufel aus irgendwelchen anderen materialien bauen weil wir haben ja mittlerweile genug so wir können hier gold rauslassen wenn wir wollen ein block sogar ziemlich genau habe ich sonst noch irgendwas ja ich habe kupfer noch das kann man mal reinschmeißen dann wird das auch gleich durchgebrezelt alu haben wir ja auch schon das heißt das wird auch was so ein also so ein teil kann ich ja nicht kann ich ja nicht craften den muss ich ja die muss ich erfinden aber ich hätte mal damals in der stadt noch mehr looten gehen sollen das wurde mir auch von dem ein oder anderen von euch geraten dass ich da noch ein bisschen hätte weiter rumlaufen sollen aber habe ich natürlich nicht dran nicht dran gedacht so ptf was war das denn wieso sind hier so viele so viele xp auf einmal gekommen 1 2 3 4 ich muss noch mal einen neuen hammer gleich bauen kriegt die überhaupt rein ne kriege ich nicht ich brauche einen neuen hammer ich habe sticks und alles dabei okay das passt dann können wir hier gleich ein hämmerchen bauen ich glaube das war ja einfach nur so ne zack zack okay da haben wir einen cobblestone hammer das heißt den mechanical user können wir wieder ausrüsten und der stellt uns denn jetzt wieder schön der stellt uns jetzt schön wieder dings her stone 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 beziehungsweise keys so der kriegt noch mal ein bisschen mehr rein dann hat er auch ein bisschen was vor sich und ich gucke hier noch mal rein und stelle fest wie viel ist da jetzt drin das ist sind drei engels und hier haben wir ein blog und sieben engels das kann raus dann können wir das rauslassen okay für für gold ist da jetzt nicht so also für dings ist nicht platz hier ist auch noch gold drin hier ist noch alu drin hier ist noch iron drin das haben wir jetzt aber gerade nicht okay das lassen wir erstmal so aber gold können wir mal ganz kurz noch mal wieder hoch craften beziehungsweise auch gleich wieder reinschmeißen dass es aufgeschmolzen wird und kann ich silber alu alu kann ich auch schon reinschmeißen oder es geht richtig fixes alu ich hoffe mal dass es sich nicht es legiert mit irgendwas und wird bras daran habe ich jetzt nicht gedacht dass das passieren könnte mit irgendwas legiert es gerade ich weiß bloß noch nicht mit was irgendwas ich glaube gold und so kann das sein bin mir nicht sicher naja dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten folge erstmal zu sehen dass wir die smelterie wieder leer machen und noch ein bisschen bedienen ich bedanke mich für euch ganz recht herzlich dafür dass ihr eingeschaltet habt danke für den ganzen krassen support wenn es euch gefallen hat gerne daumen nach oben da lassen und wenn ihr möchtet sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis denn tschüss